Ich erkläre euch jetzt den Commit-Tanz von Bad Moms J, Choreo von Lulu. Auf geht's! So, zuallererst gehen wir nach rechts und nach links raus. Wenn ich nach rechts rausgehe, klatsche ich zweimal. Jetzt lege ich meine Hände auf die Ellbogen ab, zack, zack. Also ihr müsst jetzt nicht direkt auf die Ellbogen, sondern so auf die Höhe von den Ellbogen gehen, ja? Zack, zack. Von hier gehe ich einmal hoch, zack, Faust nach vorne. Bisschen wie bei diesem Party-Animal, ja? Flippi-Lacker, Flipper-Grom, tot, 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 hoch und raus. Ja? Wir zählen das einmal. Fünf, sechs, sieben und eins und zwei und drei und vier. Jetzt habe ich meine Hände so nach vorne und dabei gehe ich jetzt mit dem Oberkörper und mit den Beinen auch mit, als würdet ihr jemanden bitten, mitzukommen, ja? Komm mit, mit, hey, hey. Habt ihr wirklich Spaß bei, ja? Einfach so ein bisschen weibig sein, nicht so statisch wie so ein Pinguin. Ja? Das machen wir zweimal hintereinander. Sieben und eins und zwei und drei und vier. Fünf, sechs, sieben und eins und zwei und drei und vier. Fünf, sechs, sieben und jetzt könnt ihr zum Beispiel was hochwerfen. Ihr habt eine kleine Pause. Oha, wenn im Himmel so dumm, dumm, dumm. Kommen drei Schläge. Hüfte, Hüfte, Hüfte zum Beispiel. Dumm, dumm, dumm. Das ist frei. Macht, was ihr möchtet, ja? Wenn ihr also hier ankommt beim zweiten Mal. Hey, hey, ihr habt Zeit und dumm, dumm, dumm. Ich hoffe, das konnte helfen. Viel Spaß. Enjoy. Peace out.